Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Hallo! Wir haben die Mira zu Besuch, die ist heute Morgen angekommen und ich durfte nicht mal Mittagsschlaf machen, wenn du zu viel feiern gehst. Stimmt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Gasse geholt und wir laufen jetzt in die Stahlgasse, um ihn ein bisschen zu putzen und dann wird die Isa reiten. Und die Isa hat heute ein ganz besonders schönes Outfit an, mit der petrolfahrenden Jacke, dann dazu die gelben Schuhe und roten Socken. Ja komm, ich ziehe ja gleich von den Schiefen auf. Was filmst du? Jetzt himmst du jetzt für alle meinen Code. Oh ja, das ist eine Idee, du willst du spielen. Isa, warum ist es so ordentlich da drin? Hat Mama auch gewandt? Ich wollte das Spinnvideo drehen. Komm! Komm, bitte raus. Isa, dein Fett ist so unerzogen. Ich weiß, sag das doch nicht jedem. Weißt du, wenn du das weißt? Sonntag. Die Revision nochmal. Ja? Die Revision nochmal, vielleicht ist diesmal besser. Mal hat er so, was hast du gemacht? Er hat da diesen Muskelfaserriss. Ja, hat er. Aber es ist nicht schön, das kommt hier. Du musst das Video schwarz-weiß machen, weil dein Outfit einfach so kacke aussieht. Was? Das ist einfach so richtig colorgeblockt. Ja und? Ist doch schön. Wenn du so sitzt, ist es nicht so schlimm. Oh danke. Ja, ich sitze hier so entspannt, ich bin richtig müde, muss ich sagen. Isa, was machst du da gerade? Gut. Hallo? Sollst du erklären, was du machst, dann follow me around. Ist auch gar nicht so schlecht geworden da vorne. Das hab ich geguckt. Das hab ich mir nicht so angeschossen. Tröne ging ich mal wieder. Aber ganz besonders schick, hat sie mir heute gedacht. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Ja, los geht's. Aber wenn auch gerade voll flott ist, ist es jetzt ja gerade gut. Also jetzt ist er zwar ganz schön flott, aber so ist er jetzt gerade zumindest entspannter als eben. Ja, aber das kannst du nicht mehr aussetzen. Ja, ich bin dieses Wochenende zu Besuch bei Isa. Ja, ist ja auch nur meine Jacke, ne? Aber sie ist zerrissen, ne. Ich bin dieses Wochenende zu Besuch bei Isa im Espresso und bin seit 4 Uhr, 5 Uhr heute Morgen unter Espresso unterwegs. Isa ist gerade schon geritten und ich bin so neidisch auf eure Halle. Ganz doll. Ja, aber habt ihr die mal? Doch, habt ihr die schon gesehen. Ja. Aber auf mein Pferd bist du nicht neidisch. Hallo. So, guckt euch das Pferd mal an. Der sieht immer so aus, als würden die sonst was greifen. Aber jetzt chillen die, fragst du immer nur. Und der sieht so gut aus. Wie machst du das? Gib uns einen Tipp, Isa. Richtig, richtig, richtig cooles Pferdchen. Ja, danke, aber es ist böse. Noch ein bisschen frech, der Gute. Ich weiß nicht mehr hier eine Jacke. Ich muss ihn mal entziehen. Oh nein. Entziehen. Oh meinst du. Na, guck. Na, guck. Na, guck. Ja, schluck aus. Wackelt ja sowas. Mal, wie dreckig er ist. So, Mian, man. Du darfst jetzt das Pferd übernehmen. Boah, darf ich da auf? Du bist gut, Mann. Ja. Kann man nicht essen. Machst du es bitte dran? Natürlich. Komm, Pferd. Komm, Pferd. Ich nehme die Bommie jetzt mit. Okay. Oke. So, wie viel wir in Bommie jetzt kommt? So, ich habe noch, ich habe noch eine Bommie. Ich nehme die Bommie, ich nehme die Bommie. ich nehme die Bommie. Und die Bommie jetzt bin ich jetzt, ja, ich nehme die Bommie, das ist, Bis zum nächsten Mal.